Jo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Aufnahme von Let's Play GTA 5, wo wir das letzte Mal mit Trevor und Wade, den wir zweimal eine Negoschen geschlagen haben, weil er uns Informationen vorenthalten hat, beziehungsweise, ja, einfach zu dämlich ist. Im selben Auto sitzen, er uns vollquasselt und wir ihm gebeten haben in der letzten Aufnahme, dass er uns doch einen blasen möge, wenn uns langweilig ist. Wir müssen zu dem Punkt fahren und das tun wir jetzt auch. Und Vorsicht, wenn ich jetzt Escape drücke und ins normale Spiel wird zurückgequasselt, er wie eine Strippe. So, bis dahin. So, uh, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, um, that might be nice, but where are we stopping on the way? For fuck's sakes, another chapter of the Lost descended on this fine town, looking to mourn and maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I, I, I don't think we'd be welcome there. I mean, what do you want if, well, take them on their way to begin with? Grief has a beautiful way of bringing folk together, Wade. Okay, just you wait, and besides, I brought some gifts. Yum, yum, guys, black, flowers, or, okay, shut up. Tjo, nettes Gewitter, würd ich mal sagen. Extrem geil animiert. Oh, ich hab ein bisschen lustige Erinnerungen von diesem Ort. Wirklich sehr nett animiert. Und vor allem die Blitze und alles unter Donner und alles so geil gemacht. Also da hat es sich wirklich sehr viel Mühe gegeben bei dem. Wirklich sehr nett, wirklich sehr nett, wirklich sehr nett. Dürfen die mich eigentlich jetzt sehen oder nicht? Und drücke dann, um die Bombe zu werfen. Drücke, um eine Bombe auf dem Boden oder einer vertikalen Fläche zu platzieren. Oh. Fast hätte er mich gesehen, bis so deppert. Wirklich brutal sind wir. Wirklich ballieren. Beide wollen wir. Wo? Wirklich boom. So, und eines noch. Oh je, sieht der mich, glaubst du, nein, glaub ich nicht. Was ist denn das, der da hinten, oder? Das ist der Ort. Ui. 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 Ich glaub, der hätte ich zünden sollen, wenn ich nicht so weit weg bin von ihm. Ich muss jetzt alles nochmal machen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich Bump gemacht hab. Schwarzer Bildschirm mit Ladeschnecke ist nie gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Ich, der Frau Tobland in Papanier hat mit 우리가 vous gommen отhonnen, der hat ihn doch so hoch war. Er hat mir nicht gezeigt. Die ganzen, die ihn nannten. Das Volk an, der sich die Putzen warst. Ich sagge. Aber da ist er, wer ist das? Der Parlament hat mich самый bruker. Oho, das ist jetzt ein schönes Lied. Ich bin schon bereit, dich in eine Rundkirche zu drehen. Bitte, nicht mich in nichts zu drehen. Ich will nur kurz sein. Sind wir noch nicht da? Kein Weg. Oh, ok. Verlassen wir unser Kaffee und fahren da runter. Oho. Oho. Ich bin Nanotechnologie, ich bin Nanotechnologie. Was? Was? Uff! Verdammt! Ich habe es weg. Ich habe nicht zu sagen, was ich bin. Ich werde wieder beginnen. Inhalte, vegetal oder mineral. Hey, hey, hey. Wie ist das? Ich erzähle dir eine Geschichte. Wenn du nie wieder sprichst. Ich liebe Geschichten. Natürlich. Diese Geschichte ist über einen Mann, der Trich... 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 Ist es Trich ein Mann? Es geht nicht. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Er war 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 in der Kanadischen Bordeleidigung. Okay. Er hatte alle die Talenten. Charisma und Guile, das ein Mann könnte. Aber er wusste nicht was zu tun. Er sollte sich ein Bageballer werden. Er sollte nicht sein. Er sollte sein, weil er kein Bageballer ist. Oder ein Hockey-Spieler. Er hat sich für ein paar Jahre. Aber seine Korte hat ein Stick auf seinen Hals. Das ist alles! Eine Drei-Sprecher! Wo ist er? Die Drei-Sprecher! Auch los! Das ist das! Eine Drei-Sprecher! Das ist ja, wir fahren auch los! Los Santos! Die beste Stadt des Staates! Jetzt müssen wir da stehen, oder was? Du warst gar nicht tot. Du warst mein bester Freund. Schau, wer kommt und schreit auf deine Tür, du schreit! Hm. Ich glaube, das wäre angepisst. Los Santos, die Stadt der Sch***er. Wo würde er sonst sein? Loi über in Vespucci Beach. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah. Where were we? You were saying what he could do. He couldn't throw, and his coach had a stick accent like I had once. Right, right. But he could fly planes, this kid. So he signed up to the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe just maybe dropped the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil wit in charge of psychological evaluations told him he was unstable. Grounded him for life. That's terrible! It was! Sent him into a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool! What was your troll's name? Mike! Michelle! A lady troll? He had pits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob his shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And can Luke happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. So she... So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work, but... Oh! Oh! We're near Fluncaps. I see you on the iPhone maps. I'll give you directions. Tja. Danke. Hm. Danke, dass du aufgehört hast zum Reden. Das ist sehr nett. Ich hab mir schon gedacht, ich kann... Ich fang überhaupt nicht mehr an zum Reden, weil... Jo... Bringt ja nichts. So, da sind wir. Ja, wie komischer. Das ist der Ort. Ich denke, das ist der Ort. Cousin Freud! Komm hier, Trevor! Freud, das ist ich, Wade! Wer? Ich, Wade, dein Cousin! Wer? Dein Cousin! F***! Ich komme, dich zu besuchen, du verrückte F***! Jetzt komm auf den Boden und fixe mir einen verdammten Drink! Oh, du wirst... Ich verstehe, du warst auf dem Blatt. Nein, nicht auf dem Blatt. Hier, er wird Blatt. Hier! Gib mir einen Blatt. Du kannst hier nicht. Okay. Das ist meine Freundin. Sie hat eine Konferenz. Du kannst hier nicht und du kannst hier nicht bleiben. Wie geht's, Cousin? Es ist schon lange. Ja, ich habe dich gesehen, seit du warst in Evelyn. Ein Mann, das wir nie verstanden haben. Du musst, beide. Meine Freundin? Sie würde mich töten, wenn sie wussten, dass ich mich hatte. Es ist nicht so eine Freundin, wenn sie nicht mag deine Familie. Jetzt bekommst du mir einen verdammten Drink? Ich werde dich nicht wieder fragen. Oh, ja. Okay. Warte, ich habe keinen Blatt. Dann gehst du raus und verdammt mir etwas. Und du gehst auch! Was? 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 So, wie jetzt? So wie jetzt, ne? Bestanden! Wieder vereinte Freunde! Kopfschüsse? Achso! Von den Biker wahrscheinlich noch! Du kannst jetzt zwischen allen drei Hauptfiguren wechseln. Michael, Franklin und Trevor. Wie mache ich denn das jetzt nochmal schnell? Achso, das ist eine Spezialfähigkeit. Hey Trevor, triff mich unten bei der Hütte und wir... Was? Und wir gehen mal richtiges Wild jagen. Cheat? Na, cheat will ich nicht. Entschuldigung. Achso, mach ich das genau. Wer ist eher? Ja, will ich. Wer ist denn der Schwarze? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich geh nur drei. Mit Alt war das übrigens. Achso, das ist GTA Online. Ups. Das ist jetzt nicht so gescheit. Ah ja. Eigentlich wollte ich ja Story-Modus weitermachen, nicht GTA Online. GTA Online wird betreten. Bla, bla, bla. Ja, Freunde, GTA Online, da haben wir noch ein bisschen was zum tun. Wie gesagt, viel Geld habe ich auf dem Bankkonto, nur ich habe noch nicht den nötigen Leveln dazu, um jetzt mir Immobilien kaufen zu können oder irgendwas. Glaube ich jedenfalls, dass man da ein Level braucht. Wenn nicht, dann, ja. Mache ich jetzt aber auch nicht den Immobilienkauf, weil... Oder? Wenn ich jetzt schon da bin, mache ich ihn jetzt oder später. Nee, eigentlich wollte ich ihn bei GTA Online machen, wenn ich jetzt wirklich GTA Online mache mit euch. Dort bin ich? Na, dort bin ich nicht so richtig. Tch. Dort bin ich nicht so richtig. Nee, 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 nee. Ja, das verlasse ich aber schnell wieder. Ja. Ja. Beziehungsweise, wie kann ich das machen? GTA Online verlassen. Ja, will ich. Ich glaube, ich komme jetzt wieder ins Singleplayer rein. Dort, wo ich ja hin will eigentlich, ne. Zum Trevor. Die Welt von oben. Noch einmal die Welt von oben. Ein Fall. Wo ist es gesagt, keine Tug-Jobs unter der Tafel? Lol. Hallo Trevor. Hast du den Ausreißer noch nicht gefunden? Die Zeit läuft. Ja, okay, das kenne ich schon. Die Zeit läuft. Letzte bekannte Position. Ja, weiß ich eh. Will ich aber jetzt nicht. Ich will meinen Story-Modus weitermachen eigentlich. Ich glaube, da wollte ich eigentlich nicht hin. Da wollte ich eigentlich hin, dann zum Michael. Aber meine Freunde, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Weil ich glaube, wenn ich dort jetzt hinfahre. Ja, wir können es ja probieren. Fahren wir dorthin und in der nächsten Aufnahme dann werden wir sehen. Und tue ich schnell sprechen. In der nächsten Aufnahme sehe ich dann. Ich habe gerade Radio-Werung für die Flugschule gehört. Sie ist in Los Santos. Ich sage nicht, dass du was Neues lernen musst. Dachte nur, es könnte dir gefallen. Ja. Sehr schön. Gefällt mir aber nicht. Da waren heute so ein paar Chinesen beim Wohnwagen. Schienen dir das sauer zu sein? Hast du irgendwas verärgert? Ja. Geil. Ego-Perspektive. Fahren wir jetzt mal gut mit der Ego-Perspektive. Das war nicht so viel Rundum-Sicht. Nicht so viel Sicht, aber geht. Geht einigermaßen. Schaut geil aus. Also, dass sie die Ego-Perspektive eingeführt haben. Das ist nicht geil. Feier ich schon irgendwo ein bisschen. Weil ich liebe es ja mit der Ego-Perspektive zum Schießen. In den Shooter, also Schießen mit der Ego-Perspektive, muss ziemlich geil sein. Das müssen wir dann ausprobieren, den nächst. Wie gesagt, jetzt fahren wir mal zu Michael und versuchen da zu speichern dann. Also nicht direkt vor Michael, sondern ein bisschen weiter weg. Also hier in etwa. Hier ist ja Michael daheim. So. Jetzt hole ich mir mein Handy raus. Ja, Ron. Ja, Radio-Werbung. Schön. So, schnell speichern. So. 6.5. 22.38. Genau, das war das letzte. Nun gut, meine Freunde. Dann würde ich mir sagen, das war es wieder für die heutige Aufnahme. Und jo, wir gehen dann das nächste Mal hier zu Michael und schauen, was für ein blödes Gesicht der Michael macht. Bis dahin, Freunde. Tschüss.